Der Führer ist wieder auf 101. Er setzt sich erneut auf der Favorit, einer der absoluten Top-Payote in der Stadtverserie. 4.15 auf der 2. Und das Schiff, den sie sich kriegt, der D-Racing wird an den Griffel. Vorne, immer noch Hobbitat von der Lappen auf Latein. Jetzt 2. Platz, jetzt 3. 7. 6. 7. 8. 4. 5. 5. 5. 5. 8. 6. 7. 7. Und der B2, die 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 B2. Markus Siegwart für die Red Diamond, auf der 2. Position die Red Diamond und angebracht wird. Super Weg! Auf Platz 2 sind Markus Diekwahl, 4.3 Platz, wieder die 3.130, zu mir sprang die V2 Race Passage auf der Führer, Team TNT Racing und auf der Führer, Carlos aus Lübbel, Daniel Hahn aus Lackenbocken.